Mit Google Drive ist es einfacher denn je, eine Online-Umfrage zu erstellen. Wenn du in Drive auf Erstellen klickst, so hast du all diese Optionen zur Auswahl. Ich wähle Formular und hier werde ich zuerst gefragt, welches Design ich wählen will, je nach Verwendungszweck. Ich beschränke mich aufs Standardformular. Es macht Sinn, wenn du dein Formular zuerst benennst und auch hier einen Titel gibst. Umfrage zu Google Drive und sogleich kannst du mit der ersten Frage beginnen. Du siehst, es ist schon eine Auswahlfrage ausgewählt. Das kannst du jederzeit natürlich auch ändern. Du hast die Möglichkeit zwischen Text, der eben nur eine Zeile Text enthalten kann, einen Textabsatz, der eben einen ganzen Textblock umfasst. Bei der Auswahlfrage kann eine von verschiedenen Optionen ausgewählt werden, während beim Ankreuzen mehrere Antwortmöglichkeiten bestehen. Dann kannst du eine Liste, zum Beispiel bei einem Menü oder so, zur Auswahl stellen oder eine Skala. Da kannst du eine Bewertung abgeben von 1 bis 5 und Raster geht ein bisschen ins Gleiche, wenn du zu verschiedenen Kategorien eigentlich immer dieselbe Fragestellung hast, von schlecht bis gut. So kannst du alles in einem Raster erfassen. Nun, ich beginne mit einem Text. Ich will ja den Namen zuerst wissen. Ich schreibe also Name. Alleinfalls kannst du hier noch einen Hilfstext. Vor- und Nachname, damit die Leute wissen, was sie hier überhaupt reinschreiben müssen. Und ich kann es markieren als Pflichtfeld und schon ist mein erstes Feld fertig. Mit Element hinzufügen kommt eine weitere Frage hinzu. Übrigens kannst du nachträglich die Reihenfolge auch ändern, wenn du sie hier packst und in die Höhe ziehst. Du kannst eine gut gelungene Frage duplizieren und einfach die entsprechenden Optionen anpassen oder selbstverständlich auch wieder löschen. Hier nun also eine Frage, die mit einer Skala von 1 bis 5 beantwortet werden soll, wobei 1 mies ist und 5 super. Das ist jetzt keine Pflichtfrage. Und naja, so geht es weiter. Ich denke, das ist eigentlich klar. Ich klicke auf Fertig und du siehst, so sieht es anschließend aus. Wenn alle Fragen beantwortet wurden, so klickt man normalerweise auf Senden und dann soll eine Bestätigung kommen. Vielen Dank für deine Teilnahme. Du siehst, du hast hier noch die Möglichkeit, dass die Leute mehrere Antworten eingeben können. Das ist zum Teil natürlich nicht sinnvoll. Das könnte ja das Ergebnis verfälschen. Du könntest das Ergebnis dieses Formulars gleich mitveröffentlichen, dass die Leute sehen, was die anderen so ausgewählt haben. Und du könntest den Leuten auch ermöglichen, ihre Antworten nachträglich nochmals zu überarbeiten. Wollen wir aber alles nicht. Deshalb klicke ich nun auf Formular Senden. Und du siehst, jetzt hast du die Möglichkeit, dieses Formular freizugeben über Google+, Facebook, Twitter oder per Mail. Oder indem du einfach diese Adresse kopierst und verschickst. Das mache ich jetzt mal. Oder wenn du das auf deinem Blog oder in Google Sites einbinden möchtest, So hättest du hier die Möglichkeit, den Code einzubinden. Du kannst die Breite des Formulars und die Höhe hier schon angeben und automatisch wird der Code angepasst. Du musst also nichts verstehen von HTML. Ja, und jetzt klicke ich auf Fertig. Ich werde noch gefragt, wohin, dass die Antworten gespeichert werden sollen. Da wähle ich neue Tabelle. Die soll Umfrage Antworten heissen. Du könntest das aber auch in eine bestehende Tabelle, wenn es dir lieber ist, hineinkopieren lassen. Erstellen. Übrigens dieselbe Option, falls das bei dir jetzt nicht erscheinen sollte, findest du auch hier oben. Hier kannst du nachträglich den Ort für diese Sammlung der Antworten nachträglich noch ändern. In der Zwischenzeit haben schon einige Leute diese Umfrage durchgeführt. Du siehst, wir haben hier drei Antworten. Wir können sie mal anschauen. Das sieht dann so aus. Es wird einfach in einer Tabelle, ähnlich wie bei Excel, gesammelt. Hier siehst du das erste Feld und da die Antworten für das zweite Feld. Und etwas übersichtlicher ist es, wenn du auf Zusammenfassung der Antworten anzeigen klickst, so bekommst du eine statistische und grafische Auswertung. Das ist doch recht hübsch gelöst. Etwas letztes vielleicht noch, was recht praktisch ist, wenn du ein bisschen die Übersicht haben willst, wie viele Leute das schon ausgefüllt haben. So kannst du über Tools Benachrichtigungsregeln einstellen, wann du benachrichtigt wirst. Ich wähle hier normalerweise, wenn ein Nutzer ein Formular einreicht, dann soll ich einmal täglich benachrichtigt werden. Sonst bekomme ich natürlich dann zu viele Mails. Genauso könntest du einstellen, wenn nur eine bestimmte Zelle ausgefüllt wurde. Das ist dir überlassen. Hier hast du sehr feine Einstellungsmöglichkeiten. Ja, so einfach ist das. Ja, so einfach ist das.